Wie kommt man denn in Kontakt mit Gestalterinnen und Gestaltern wie dir? Anschreiben. Das sagst du jetzt so banal, aber auch das habe ich mitbekommen. Ich komme aus einer Zeit, wo, wenn ich Kontakt aufbauen wollte, muss ich die Wählscheibe, also beim Telefon, das müsste ich eigentlich einblenden. Und heutzutage, das ist doch der Vorteil meines Erachtens eigentlich auch vom Internet, gerade Social Media nicht nur zu nutzen, um, ich setze mich jetzt hin und lasse mich drei Stunden Druck betanken. Ist super, ich hatte auch Spaß, aber vielleicht mal auf die Idee zu kommen, sich zu vernetzen und eine Anfrage zu stellen, wir wollen und wollen und wollen, aber wir finden keinen, der es umsetzt. Bei wem melden wir uns? Ja, vielleicht bei der Rieke. Und jetzt sagst du so einfach, einfach anschreiben. Vielleicht mach mal konkret ein Beispiel. Ich bin jetzt Schüler und ich möchte dich jetzt begeistern, um gemeinsam ein Projekt zu machen.